Das können wir sogar eins höher machen, das wäre okay. Oh! Ich habe mein Loch wieder gefunden. Ups. Ja. Au. Das heißt, ich muss hier... Oh. Entschuldigung, ich werde die Kohle brauchen. Gleich mal ausnutzen, dass man hier reingefallen ist, ist ja okay. Gut. Das heißt, ich muss noch mal... ...double dirten. Ich brauche sehr viel Schmutz, sehr viel Erde. So. Oder dreifach dürten. Das geht auch. Einfach, weil wir sowieso noch einen Boden einsetzen müssen. Hammer? Hammer da. Boom. So, also wir haben auch hier so ein paar diverse Dinge, mit denen wir uns das Leben auch leichter machen können. Weil ich finde, da fehlt noch was auf deinem Haus, wie das mit einem theoretisch zukünftigen Haus, wenn es für mich möglich ist, irgendwo grenzencheinend. Gerade ist es ein bisschen schlecht. Weißt du, mein Haus wäre so, wie besonders. Äh, auf meinem Haus, ähm, eher nicht so, weil ich habe tatsächlich, ich muss zugeben, ich habe hier so ziemlich die ganze Area geclaimt. Erstmal. Weil ich nicht weiß, wie groß wird diese Stadt hier noch. Äh, ob die hier nur sich, nur so hier auch abspielt. Hier soll ein Fischerdorf hin. Also, also ich habe viel geplant. Hier wird noch, kommt noch ein großer Wald hin. Hier haben wir ja auch den Hexenzirkel. Ne? Also, keine Ahnung. Wenn man hier zum Beispiel irgendwo baut. Ich weiß nicht, ich hätte gern einfach... Nja, nee. Nja, nee, nee, nee. Näh, nee, nee, nee. Irgendwer hatte letztes Jahr hier irgendwo schon, oder, nee, hier irgendwo eine Hütte gebaut. Das fand ich dann auch schon nicht mehr so lustig. Weil, äh, ist meine Area. Tut mir leid. Ich mag hier niemanden haben. Da bin ich ja eigentlich, weiß nicht warum. So, das sind sieben? Acht, neun? Zehn, elf. Zwölf. Elf. Nein. Absolut nein. Nein, 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 nein. Lass das, ich hasse das. Warte, komm, ich zeig dir mal was. Von wegen Hexe. Ich habe Zauber... Ich habe einen Besen. Miuu. So, kurze... So, und hier ist unser kleiner Hexenzirkel. Hier zum Beispiel könnte man sich ein kleines Häuschen bauen. Da ist übrigens jeder zu eingeladen, ne? Auch die anderen schon. Wir haben hier schon einen winzig kleinen Kräutergarten, der im Moment nicht besonders gut wächst. Ne? Unter deinem Haus? Nein, auch nicht. Warum willst du bei mir bauen, Mann? Die Welt ist so groß. Ich habe das tatsächlich vorletztes Jahr gehabt, dass jemand direkt neben mir bauen wollte und es war eine Katastrophe. Ähm. Ein paar Zauberstäbe haben wir auch. Ich zeige das mal. Äh, Moment. Das landet irgendwo und explodiert. Weil ich das nicht möchte. Weil ich noch nicht... Weil... Wer weiß, was ich in Zukunft plane, weißt du? In den nächsten Jahren sozusagen. Ich mag das nicht, dass Leute mir zu dicht auf die Pelle rücken. Wie gesagt, äh... Ihr claimt der Area. Alles andere ist egal. Also beziehungsweise alles andere ist nicht egal, weil hier wohnt jemand. Ich weiß nicht, wie viel er geclaimt hat. Hier wohnt jemand. Ich weiß nicht, wie viel sie, äh, geclaimt hat. Hier wohnt jemand. Ich weiß nicht, wie viel er noch hat, ne? Also überall wohnen Leute. Und, äh... Da bin ich... Also ich weiß nicht, wie es mit den anderen ist. Ich hoffe, dass ich bald mein PC wieder zum Laufen kriege. Dann kann ich auch joinen. Natürlich ist es erlaubt, ne? Äh, Ausrufezeichen join. Da gibt es dann die Bedingung. Und beim Hexenherzirkel ist es okay. Wenn es eine kleine Hütte... Weil das soll halt wirklich für Hexen ausschließlich sein, ne? Dass man so kleine Hexen hat. Kleine Hexenhäuschen. Und, äh... Sozusagen. Das ist sozusagen eigentlich... So habe ich mir das halt vorgestellt. Die Base weg von der Base. Ja, so home away from home oder so. Falls man mal Dacharbeiten machen muss, ne? Hallo, kommst du auch wieder runter? Danke. Ich habe es geahnt. Auf Wiedersehen, schnöde Welt. Der Luftzauberstab mag es überhaupt nicht, wenn man ihn in einen Itemframe packt. Ich glaube, das ist ein Bug. Aber zumindest landet man sanft wieder auf dem Boden. Okay. Schwerkraft ist wieder da. Short stream? Why short? What? No, 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 no. So, I used the air rod again and, äh, I always... Yeah, I know, I know. I'm sorry. I used the air rod again and, äh, when I put it in an Itemframe, I start levitating and then the server just throws me out because flying is not allowed somehow. That's just a bug. Don't mind it. Was wollte ich gerade? Ach ja. Baumaterial holen. Explain the broom. Don't ask me. I think flying without, äh, help. So, I just... Bemoste Steinsiegel, rissige Steinsiegel, bemoste Steinsiegel, noch mehr Rissige Steinsiegel, 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 tt, 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 tt. Hm, plopp. Ich habe einen Hühnerhintern gehört. Und wir haben noch andere Steine. Die wir auch noch für andere Dinge brauchen. Äh. Äh. Auge juckt einen Moment. Ach. Und für alle Vampire unter euch, ich bin auch kein Blutspender. Äh, Mr. Bala, can you sleep right now? Where's my bedroll? 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 I can leave. Only if you have to. Willkommen bei unserem offen Discord. So. Thank you. Can come in again. Und zwar, da muss man nicht 18 sein, um zu joinen. Twitch ist ab 13, Minecraft ist bei uns auch ab 13. Ich. Das ist jetzt nicht so schlimm, wenn man jünger ist. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt älter eingeschätzt, aber gut. Also nein, man muss sich halt nur an die anderen Regeln halten und dann ist alles okay. Aber wie gesagt. Bitte nicht in meiner Area bauen. No Griefing. Du bist 14. Ah. Siehst du, hätte ich dich jetzt nicht so eingeschätzt. Ich dachte, du wärst älter. So kann halt manchmal gehen, ne? So. I. Nee, aber ansonsten, wie gesagt, so. Ansonsten gibt's keine Probleme, keine, keine, keine Regeln dazu oder so. Es ist einfach nur, ne? Nett sein zu den Mitspielern. Kein Griefing. Bitte nicht zu dicht bei mir. Und ansonsten, ich glaub, wenn man sich daran an alles hält, dann ist der Rest eigentlich ein Kinderspiel. So. Was wollt ich denn? Ich wollt gern. Nee. Ach, hier sind die. Aber ich brauch mehr davon. Kein Problem. Wo ist hier die Mitte? Das ist die Mitte. Das darfst du gerne, aber ich mag's trotzdem nicht, wenn man mir sozusagen, wenn man so dicht bei mir an meiner Base baut. Da bin ich eigen. Äh, Papa? So. Warum auch immer, dass ich jetzt hier einen Tipp machen muss? Aber naja. So. Okay. Gut, wenn es so ein Scherz war, dann ist das okay. Ich verstehe, leider, eine Ironie geht leider im Internet immer sehr gerne, sehr schnell flöten. Und dann nimmt man alles immer ein bisschen ernster, als es wahrscheinlich dann gemeint war. Entschuldigung. Manch einer nimmt das dann nicht als Scherz. Und dann hat man den Salat. So. Oh! Dinge. Level 20. Nice. You go, Mr. Barney. You go. You go, girl. Man. Hauptsache, ich komme da rüber. Ich komme nicht rüber. Macht aber nichts. Jetzt komme ich rüber. Entschuldigung. Muss mal eben. Danke. Und dann ist das da drüben eigentlich auch knusprig. Ne, ist nicht egal. In meinem Garten wird auch nicht gebaut, nur von mir. Ich reiße das sonst wieder ab. Ja, ich habe auch schon mittlerweile halt eine Base wieder abgerissen, weil ich keine Ahnung habe, wem die eigentlich gehörte. So. Noch zwei. Perfekt. Da ist ein Loch im Boden. So. I need a mining break. Then do a mining break. Muss ich das überhaupt so groß machen? Eigentlich ja nicht. So. Warte mal, dann haben wir das. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Dann mit einem schrägen Eingang? Ja doch, das geht. Kann man machen. Zuu. Zeitz, sieben. Ah. Vier. Wird schon passen. Dann machen wir das mit einem gemischten Boden, würde ich sagen. Ich brauche das da, das da und das da. Von dem brauche ich eigentlich sogar noch mehr. Das heißt, ich muss das mal auch noch rausholen. Da, 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 da. Da, 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 da. Steine? Steine, steine, steinchen. Entschuldigung. Ei, 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 ei. Dankeschön, Mr. Battle. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Und last but not least. So. So. Hier müssen wir auf jeden Fall abflachen. Hier könnten... Hier müssen wir ein bisschen nacherden. Kein Problem. Aber nur ein bisschen. Was für ein Baustil nehmen wir denn hier? Könnte auch mal wieder was helleres machen, ne? Aber ich habe jetzt kein anderes Seed dabei. Das müsste ich jetzt holen. Oh Mann, sind das viele Leute. Das ist so cool. Und das ist irgendwie auch... Wow. Wie ist es bei dir in der Gegend eigentlich auch wieder Lebkuchen? Hier in Bayern haben wir schon welche... Seit eineinhalb Monaten. Äh, du meinst halt so wieder Weihnachtskram, so Weihnachtsgebäck und so in den Kaufhallen? Oh ja. Oh ja. Alles wieder da. Man ist hier wirklich immer sehr schnell dabei. Das gibt es jetzt irgendwie schon wieder seit... Frag mich nicht, wie lange schon. Aber ja, bei uns gibt es das auch schon wieder. In Massen. Man übertreibt es immer so mit dem Zeug. Bist ich eigentlich mal wegschmeißen. Hallo, in meiner Mietzi-Mounties. Oh. Dann haben wir noch Eier. Dann haben wir das Ding noch. Hilfe. Hilfe, 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 Schrei. Ich habe viel zu viel Zeug dabei. Die Blumenpötte. Was können wir noch hier eintüten? Genau, davon haben wir nämlich noch gar nichts gehabt. Wie steht denn hier? Ich habe vierblättrige Kleeblätter. Warum? Äpfel. Und dann muss ich, glaube ich, gleich nochmal ans Lavaloch. Weil ich da noch was habe, was das da rein muss. Und ich habe mir noch keinen eigenen Mülleimer. So, an der sieht. Habe ich gar nicht so viel. Ist das eine Frage? Dann ist es, ja. So, an der sieht. Und jetzt muss ich nur auf Spawn gehen. Also, ich muss auch auf Spawn gehen. So. So. Auf jeden Fall eine interessante Idee, Sigu. Aber wie gesagt, dann am besten halt nicht zu dicht an anderen Leuten dran. Dann hast du auch genug Platz, um... Oh, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Oh, in die Lava. Meine Danke für die Karotte, aber... Den Arm kannst du behalten. Pff. So. Richtig, ich muss ja noch ein paar Sachen... Yeah. So. Wir haben ein Möhrchen. Oh, den habt ihr auch noch. Gib mir, gib mir. Besser. So, das kann man jetzt auch wieder anmachen. Moment. Was wollte ich hier gerade? Achso, ich wollte zu Mr. Barley, ne? Should I come to your place? I mean... It's not that... Like, andercite is so rare. I'm just lazy. There's a skeleton somewhere. But you started organizing. This is amazing. There's gravel. There's gravel. More gravel. More gravel. At least here's diorite. More diorite. A lot more diorite. May I take everything? Thank you. 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 Anything in return? Some music is... Perhaps? Or anything else? Or you just come by and see what I have. Or you go to spawn. There are the enchanted books now. Alrighty. Enchanted books are in the small enchantment hut. Just so you know. Thank you. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. I don't need diorite. I don't need diarrhea. I just wanted some diorite because I needed something bright. No, I don't think that I will ever need them. Because... I need lots of grey. Lucky you that I'm a hoarder. I'm a hoarder too. It's just that I hoard the wrong stuff. And besides... I need a lot of grayscale. That's why I need a diorite. Music läuft noch? Musik läuft noch. It's just so loud. It's just so loud. Okay. 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 Und General Sigo, du kannst bauen, wie du möchtest. Wie gesagt. Sonst steht hier alles offen. Und frei. Es ist halt nur, dass wir halt alle so praktisch unsere eigene Ecke haben. Und einfach nur nicht wollen, dass... Also wir hätten da gerne so unseren Space, wo wir uns hier so selber ein bisschen... ...breit machen können. Wir machen uns alle gerne breit. Sonst steht hier, wie gesagt, alles offen soweit. You found 50 more? If I need them, I will tell you thank you. For now, I will just take what you have already offered me. And therefore, I will just take that. Thank you, thank you, thank you. Nachbarschaft ist mit... Okay, aber mit viel Abstand. Introvertierten Party. Wir feiern zusammen, aber jeder für sich. So nach dem Motto. Ich habe es ja kapiert. Ihr hasst Menschen, ich kann es euch nicht verüben. Ich suche euch auch. Ach, so schlimm ist es dann auch wieder nicht, ne? Man hasst nicht unbedingt Menschen. Nicht alle. Nur ein paar. Also bei mir ist es halt das überhaupt nicht. Es ist halt einfach wirklich nur... Ich mache mich gerne breit und ich habe gerne große Projekte. Und da ich immer nicht weiß, wie groß sie werden... Uh, guck mal her. Dichter will ich haben. Brauche ich immer sehr viel Platz. Keine Erze? Oh. Aber eher ein bisschen Kohle hat er fallen lassen. Sehr schön. Apropos, wo habe ich eigentlich vorhin die Kohle hingeschmissen? Ach da. Okay. Kohle ist noch da. Gut, gut, gut. Gut. Hm, wie mache ich das hier mit den Türen? Weil hier soll definitiv was rein. Schmied. Definitiv Schmied. Betten? Wahrscheinlich dann auch hier nach hinten. Bei Schmiede. Okay. Willkommen zurück, Rikki. So. Apropos... Dann muss eigentlich hier auf der Seite auch noch mal einer hoch. Oh. 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 Oh, I... Da nicht so? Aber hier? Und an ein Fenster habe ich jetzt noch gar nicht gedacht. Oh, Mr. Barley. Not again. Oh, no. Ja gut, Fenster muss ich dann gucken, wo die hin müssen. War das gerade ein Skelett? Oh, ja. Au. Dann muss ich jetzt wieder gehen. Wenn du morgens streamst, bin ich sehr wahrscheinlich aber auch wieder dabei. Viel Spaß noch. Äh, nee, streamen tue ich immer jeden Montag, Mittwoch und Freitag ab 17 Uhr. Aus... Aber... Aber nur im Oktober. Danach ist es wieder ab 10 Uhr am Vormittag. Aber, remember, Realität ist ein Illusion. The Universe ist ein Hologram. Aber... Bye, Gold. Bye. Und nicht vergessen, dass ihr Towel ist. Wie sind sie in deinem Haus? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich denke mal, dass die kriegen wieder ein Flachdach. OMG, what did you do? What happened? Did you find the hole? Und ich glaube, ich werde hier irgendwie irgendwie versuchen müssen, einen Bogen zu machen. Mal gucken. The Creeper that wants to explode your whole way. What happened? What's going on, Mr. Barley? What did the Creeper do? There is a one block hole in my ceiling. Oh no! Okay. Dann brauche ich... Das hier ist tiefenschiefer Wand. Schiefer Ziegel. Und davon brauche ich die Wand. Äh, ein bisschen. So. Und offenbar hatte ich die noch nie. Gut. So. So. Hm. Woraus machen wir denn das Dach? Meinen Streamplan findest du aber auch auf dem Discord, also von daher alles gut, ne? Ich dachte, oh, das ist okay so. Meinen Streamplan findet ihr grundsätzlich überall auf allen Kanälen, auf Discord, auf YouTube, auf Instagram, auf BlueSky. Und notfalls auch nochmal hier.